Kein Tag vergeht in Deutschland, wo Politiker am Pranger stehen und jeder anständige Bürger ein Jucken in der rechten Faust bekommt. Daher mache ich es auch heute wieder. Jetzt geht's los! 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 Ja, endlich geht es wieder los und Propaganda Deluxe schießt aus allen Rohren. Oh, die Olympiasiegerin Vogel hatte noch im Oktober 2021 erklärt, die Impfung sei eine Bürgerpflicht. Hm? Impfen? Ne, komm! Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Christina Vogel betrachtet das Impfen gegen das Coronavirus als Bürgerpflicht und wünscht sich, dass alle Menschen dies auch so verstünden. Dies sagte die 30 Jahre alte Erfurterin in einem Interview des Spiegels und kritisierte zugleich die Rolle von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich in der Impfdebatte. Oh! Christina Vogel wurde mit einer Lungenembolie ins Krankenhaus geliefert. Die Doppel-Olympiasiegerin schwebte in Lebensgefahr. Das muss man sich mal vorstellen. Die Doppel-Olympiasiegerin im Bahnrad musste nach einer Lungenembolie am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Not-OP rettete ihr das Leben. Ich hatte so viele Tromben in der Lunge, dass der Herzdruck schon gestiegen war und es wurde lebensgefährlich. Blutgerinnsel, sogenannte Tromben, wurden mit einem Katheter entfernt bzw. abgesaugt. Ich bin da, also ich hab das leider, ich bin da, das ist in meiner Generation. Oh! Uganda macht ernst. Die ersten Homosexuellen werden wegen homosexuellen Handlungen festgenommen. Die zwei Männer und zwei Frauen sollen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP im Bezirk Buikwe, eine Region in Zentraluganda am Diktoria-See, inhaftiert worden sein. Das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz verpflichtet alle Bewohner des Landes, verdächtige Menschen, die homosexuell sein könnten, den Behörden zu melden. Das gilt auch für Familienmitglieder. Gehen Sie keinen Quatsch! Wer dies unterlässt, dem droht ebenso eine mehrjährige Haftstrafe. Der Präsident Ugandas, Mr. Museveni, soll erklärt haben, dass er die inhaftierten schwulen Paare erst dann freilassen werde, wenn einer von denen schwanger wird. What? Oh! Das Verfahren gegen den Ex-Warbuk-Chef Olearius wurde eingestellt. Das war's. Hintergrund seien gesundheitliche Probleme des 82-Jährigen. Wer Schuld am Milliardenschaden für den Staat hat, bleibt somit offen. Tideli, blöder Wichs. Hey! Oh! Ein 15-jähriges Mädchen wurde im Hamburger Stadtpark missbraucht. Neun Vergewaltiger, aber nur einer muss in den Knast. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Eine Horde junger Männer vergewaltigten das völlig wehrlose 15-jährige Mädchen. Ermittler stellten Spermaspuren von mindestens neun verschiedenen Tätern fest. Jetzt das Urteil. Nur ein Vergewaltiger muss in den Knast. Das Gericht verurteilte den jüngsten Angeklagten, einen mittlerweile 19-jährigen Iraner, zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe. Gegen das Schicksal bist du machtlos. Er hatte bei einem Haftrichter über sein Versprechen ernsthaft gesagt, welcher Mann will das nicht. Jaja, ich kenne das Gefühl gut, wenn man absolut hilflos ist. Acht weitere Angeklagte, 20 bis 23, bekamen Jugendstrafen, die zur Bewährung bzw. zur Vorbewährung ausgesetzt wurden. Hörst du das? Ist ja unfassbar. In diesen Fällen wird in sechs Monaten entschieden, ob es bei der Bewährung bleibt oder ob die Verurteilten noch in Haft kommen. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Das wird das Letzte sein, was du zu sehen kriegst. Genieße es, wie ich dir Stück für Stück alles abschneide. Oh, Holocaust-Leugnerin muss mit 95 Jahren in den Knast. Mit ihrem weißen Dutt und den vielen Falten im Gesicht sieht sie aus wie eine nette Oma. Doch selbst mit ihren 95 Jahren verspritzt Ursula Haverbeck das Gift von Naziparolen. Am Mittwoch wurde die Holocaust-Leugnerin im Landgericht Hamburg wegen Volksverhetzung zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das ist doch wirklich nicht zu fassen! Diese drei Beispiele, die ich genannt habe, die stehen als Synonym für das beste Deutschland aller Zeiten. Ja, die Omi, die muss wirklich der Pechvogel des Jahres sein, weil sie hat weder einen Migrationshintergrund und noch ist irgendein guter Buddy von Olaf. Oh, Spaniens Transgesetz zeigt unerwartete Folgen. Na, was machen Sachen? Die Frauen fühlen sich in Umkleidekabinen ausspioniert und gewalttätige Männer nutzen die Gesetzesänderung, um als Transfrauen geringe Strafen zu erhalten. Was? Der Auslöser war die Entscheidung zweier Sanitäter, von einem Tag auf den anderen ihr Geschlecht offiziell zu ändern und sich als Frauen zu deklarieren. Seitdem sind Antonio und Jesus, die ihren Namen beibehalten haben, regelmäßig in den Umkleide- und Duschbereichen der Frauen anzutreffen und machen von ihren neuen Rechten als Transfrauen intensiv Gebrauch. Das ist aber sinnlos! Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Falls auch Sie der Meinung sind, dass die Ampel schon... Oh, der Bürgermeister von Duisburg ruf mich gerade an. Ja? Ja. 19, 11. Aha. Okay. Okay. Oh. Oh. Ähm, leg auf, äh, ich ruf dich gleich zurück, ich bin gerade mit in der Sendung. Puh, der Duisburger Bürgermeister ist sehr aufgebracht, weil der Ausländeranteil in Duisburg-Marxloh sei auf 87% gesunken. Das sind auch für mich schlechte Nachrichten. Falls Sie aber auch der Meinung sind, dass die Ampel schon genug für Deutschland gemacht hat, äh, und es Zeit gekommen ist, leise aber weise abzutreten, sagen Sie mit mir zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020